Dieses Video wurde unterstützt durch Spielraum.co.at, eurem coolen Trading Card Staff Händler, vor Ort in Salzburg und Wien sowie auch online. Ja Leute, das erste Intro Bag haben wir schon erfolgreich angeboxt mit Evil. Ja hallo da draußen und freut mich, dass ihr wieder reinschaut. Ja und wir schreiten direkt zum zweiten Intro Bag vor und zwar das weiß-grüne, was hier Evil so schön in der Hand hält mit weiß der Hauptfarbe und das ganze ist die geeinte Reihen und ja ich würde sagen reißen wir auf das gute Ding. Wir packen es aus. Wie gewohnt gehen wir wieder das Deck mit euch gemeinsam durch und gegen Ende des Videos geben wir den Verbesserungstipp ab und öffnen mit euch die Booster um zu schauen ob es nicht gleich mit den Boostern hier dementsprechend verbessern können. Wie gewohnt sind in so einem Intro Pack hier zwei. Eine Referenzkarte. Genau. Eine Spielstrategie, wie man so schön sagt eine Geschichte über das Set und zwei Booster. Was wir dann wieder am Schluss auspacken werden und schauen ob die passenden Farben schon drinnen sind um das Deck aufzuwerten. Und ja ich bin schon gespannt was dieses Intro Pack so alles drinnen hat. Genau so ist es ja. Ja wir haben hier vorne wieder die Kreaturen. Die Länder packen wir erstmal hier wieder weg und dann haben wir ein paar Zaubersprüche die uns in unserer Strategie ein bisschen unterstützen sollen. Genau. Gut ja wieder hier die Rare in Foil gehalten die eben hier den Drachen in den Farben grün weiß eben signalisiert und ich finde den auch irrenig gut. Er ist fliegend, ist 6,6 und immer wenn er stirbt kann ich ihn auf oder unter die Bibliothek seines Besitzers legen. Ich würde ihn wahrscheinlich unter meine Bibliothek legen, denn bei sieben anderen brauche ich ihn nicht nochmal nachziehen. Wenn dann wirklich ein Problem da ist würde ich ihn sofort. Aber man hat die Entscheidung. Genau man hat die Entscheidung eben. Also wie gesagt der ist hier einmal drin und als zweite Rare ist hier die Ödlande sichern drinnen. Ist absolut Bombe auch im Limited. Bitte pickt das unbedingt wenn ihr das habt. Denn mit einem weißen und x beliebige kann ich eben x 1 1er Kriegerkreaturen, Kriegerkreaturen, Spielsteine ins Spiel bringen. Für was für ein Deck denkst du dir das? Für welches? Ja. Ja in dem das weiße Kreaturen sind. Auf jeden Fall in einem Token Deck und Krieger in meinen Warrior, also in meinem Krieger Deck habe ich es eingebaut und schieße mich tot in was für ein Ding. Werden wir sehen wo es alles Anwendung findet. Ja gehen wir weiter. Die Dromoka Dünnenruferin mit einem weißen Mana 0,2 hat die Fähigkeit wenn ich zwei Mana bezahle, tappe ich eine nicht fliegende Kreatur meiner Wahl. Also so ein bisschen nerver. Einmal drin. Dann haben wir hier zweimal die Diener der Schuppe drinnen mit einem grünen Mana 2 0,0. Also wird sie gleich sterben. Aber sie kommt mit einer plus 1 plus 1 Marke ins Spiel. Und wenn sie stirbt kann ich dann kann ich x plus 1 plus 1 Marken auf eine Kreatur meiner Wahl legen, die ich kontrolliere. Wobei x gleich die Anzahl an plus 1 plus 1 Marken auf eben dieser Diener sind. Das heißt wir erwarten hier noch ein paar Sprüche oder irgendwas was hier mehr Marken verteilt. Gehen wir als nächstes zur zweifachen Dromoka Kriegerin. Die 2 Mana hat 3 1 ist. Normaler Krieger hier. Ja ein bisschen zu schwach mit dem Boden hinten. Ja so ist es ja. Dann hier zweimal Lichtschreiter. Ne dreimal sogar. Dreimal Lichtschreiter mit 2 Mana. Ein 2 1er. Der Flugfähigkeit hat. Solange er mindestens eine plus 1 plus 1 Marke auf ihm liegen hat. Muss man mal schauen. Dann haben wir einmal drinnen den Gebietsstreuer Rock mit 2 Mana 1 3. Der kleine Bruder wahrscheinlich vom Wingmetz Rock. Ja wahrscheinlich. Fliegend. Sonst gibt es ja nicht viel dazu zu sagen. Dann haben wir hier als Ankamen die Gardistin der Schuppenwache mit 2 grünen Mana. 2 3. Und als zusätzlich Kosten könnten wir eine Drachenkarte von unserer Hand offen vorzeigen. Und diese Gardisten kommen mit einer plus 1 plus 1 Marke ins Spiel. Falls wir eben eine Drachenkarte offen vorgezeigt haben. Naja. Naja. Schwer zu casten hier wenn man hier viel Weiß auch drin hat. Sandwerk Magier ist hier zweimal drin mit 3 Mana 2 2. Und er kommt wenn er ins Spiel kommt wende ich Kräftigung 1 an. Das heißt ich kann eine plus 1 plus 1 Marke auf die Kreatur oder auf eine Kreatur mit der geringsten Widerstandskraft legen. Kennen wir ja. Hier zweimal drin. Dann Salzstraßenquartiermeister mit 3 Mana 1 1. Er kommt mit 2 plus 1 plus 1 Marken ins Spiel. Und ich kann diese Marken entfernen und sie uns dementsprechend auf eine Kreatur meiner Wahl legen. Jetzt wissen wir wo die Sprüche sind. Zweimal hier drin. Dann haben wir den Champion von Arashin mit 4 Mana 3 2 und Lebensverknüpfung. Super Ankamen eigentlich. Zweimal hier auch drin. Aweo Taktiker mit 5 Mana 2 3. Dürfte auch relativ hoch von der Mana Kurve ja sein. Wir gehen schon zum Ende hin. Ist fliegend und wenn er ins Spiel kommt wenden wir wiederum Kräftigung 1 an. Zweimal drin. Dann haben wir Sandsteppen Leichenfledderin mit 5 Mana hier auch 2 2. Und wenn sie ins Spiel kommt wenden wir Kräftigung 2 an. Also hier sind wir einfach auf Kräftigungssprüche. Also Kräftigungsfähigkeiten unterwegs. Dann haben wir Ausdauern der Schuppenfürstin mit 6 Mana Drache hier. Immer 2 Ankammendrachen in die Ninto-Beck wie es ausschaut. Plus eben ein Rare Drache. Und er ist fliegend 4-4. Und immer wenn eine oder mehrere plus 1 plus 1 Marken auf eine andere Kreatur, die wir kontrollieren, gelegt werden, kann ich eine plus 1 plus 1 Marken auf eben diesen Drachen legen. Ja, ist natürlich mit 6 Mana relativ spät im Spiel. Die Frage, ob es wirklich synergiert, müsste man im wirklichen Gameplay testen. Ja, ich würde mal sagen, es kommt jetzt darauf an, was bei den Spells dabei sind. Also das Tag selber an sich. Ich habe da so die Grundfunktionen durchblickt und bin gespannt, was für die Spells drin ist. Es könnte, wenn die richtigen Karten drin sind, ziemlich tricky werden. Oder man baut sie halt dann ein, wenn man sie ein bisschen auskennt damit. Gut, gehen wir zu den Unterstützungs-Spells, wie ich sie immer schön. Taufe, Pazifismus, Superkarte, kennen wir ja auch im Limited, wird die sicherlich gespielt werden. 2 Mana ist eine Verzauberung und verzaubert uns eine Kreatur, die eben nicht mehr blocken und nicht mehr angreifen kann. Super, nehme ich einfach fette Kreaturen vom Gegner weg oder einfach schwörende Kreaturen weg. Zweimal hier drin. Einmal natürlich hier das Denkmal eben in den Tromoka-Farben, also Grün-Weiß-Tromoka, was mir eben Grün oder Weiß generiert. Oder ich ihn auch zum Drachen, zum entsprechenden 4-4-er fliegenden Drachen machen kann. Ja, naja. Anspornender Ruf mit 3 Mana, einen Spontanzauber, ziehe ich eine Karte für jede Kreatur, die ich kontrolliere und auf der mindestens eine plus 1 plus 1 Marke liegt. Diese Kreaturen erhalten Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Finde ich ganz passabel, hier zweimal drin. Dann haben wir hier den geschützten Horst, mit 3 Mana verzaubert er uns ein Land und lässt uns ein bisschen rampen. Einmal drin. Dann haben wir hier Schuppensägen mit 4 Mana, ein Spontanzauber, wo ich Kräftigung 1 anwenden kann. Und lege dann eine plus 1 auf jede Kreatur, die ich kontrolliere, auf der mindestens eine plus 1 plus 1 Marke liegt. Das heißt, ich habe Kräftigung 1 plus diese Fähigkeit. Deswegen auch 4 Mana hier zweimal drin. Das heißt, ich lege schon zumindest 2 auf 1 rauf, wenn ich gerade keine Marken auf irgendeine Kreatur habe. Ich wende aber Kräftigung 1, habe eine Marke schon oben und lege nochmal eine drauf. Das ist wie Kräftigung 2 im Endeffekt. Dann fast. Anhaltender Sieg mit 5 Mana, es dürfte die höchste Kurve hier sein. Ein Spontanzauber, wo ich eine angreifende oder blockende Kreatur meiner Wahl zerstöre. Super Removal im Endeffekt hier für das Deck hier. Es gibt bessere, aber für ein Anfänger Deck absolut okay, da ich hier noch Kräftigung 1 anwenden kann. Dann haben wir hier Tromogas Gabe mit 5 Mana. Auch wieder ein Spontanzauber mit Kräftigung 4. Ja, das sagt schon alles aus. Zweimal hier drinnen. Ich sage jetzt einfach mal kurz für mich ein paar Worte. Das Deck schaut wirklich interessant aus und ich glaube, das wird auch sicherlich im Standard gespielt. Also nicht jetzt das hier, aber eben Tromogas Farben mit Kräftigung. Und ich bin der Meinung, dass der Deck synergiert in sich relativ gut. Ja, schon. Würde ich fast der gleichen Meinung sein. Ich finde, dass die Zauberkarten für das, was die Kreaturen bieten, ziemlich schwach gebaut sind. Da gebe ich dir schon recht. Gewisse Spells verstehe ich überhaupt nicht, warum das in Intro-Pack sind. Zum Beispiel, warum ist eine Schuppe nicht drinnen? Hat das vielleicht einen bestimmten Grund, weil es zu stark wird, weil die Karten einfach zu viel Kräftigung haben. Aber die Schuppe zum Beispiel vermisse ich hier extrem. Ich glaube, es sind einfach nur Drachen von Darkier Karten drin. Genau so ist es. Das ist das Hauptproblem. Es gibt einfach von den vorherigen Sitz. Ja, von denen her, rein jetzt von Drachen auf Darkier synergiert es sehr schön. Von denen her, ein paar Kreaturen würde ich raus und gegen Karten von Fate oder Khans reintun. Aber sonst denke ich, cooles Deck. Ja, finde ich schon auch. Ich wollte schon eins bauen, ohne Schmerz. So, dann haben wir jetzt kurz die Mana Base. Einmal wieder sich entfaltende Wildnis im neuen Artwork, was mir einfach wirklich, wie immer muss ich das erwähnen, einfach super gefällt. Und dann haben wir hier 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 Ebenen, wenn ich mich nicht verzählt habe. 3, 6, 9, 10 und 11 Wälder. Das heißt, wir sind 25. Ja, die Kurven sind ja relativ hoch. Wir sind im Standard ja mittlerweile gewohnt, sogar 8 Mana zu bezahlen. Wir halten da auch noch drin. Also das kann man immer einbauen. Aber gehen wir mal so ein bisschen zu den Tipps. Einmal auf alle Fälle bei den Kreaturen, was wir einbauen können oder öfters einbauen können. Auch wenn er an und für sich vom Body her wirklich gut ist, ich würde ihn eigentlich rauspacken. Ich würde hier andere Drachen empfehlen, ganz ehrlich. Also wie gesagt, es gibt ja einen anderen Drachen, was ja Polster auslöst. Würde ich eher Statin reinnehmen. Er passt von der Synergie überhaupt nicht rein. Nein. Weil alles auf Kräftigung etc. arbeitet nur er nicht. Diese Karte zum Beispiel Ödland sichern ist absolut Bomber in den Deck. Also würde ich mindestens auf 2 oder 3 erhöhen. Einfach aus Backup. Ist irrsinnig geil, weil... Umso weiter das Match dauert, umso mehr Mann-Aube zur Verfügung, umso mehr Dockens kann ich generieren. Einfach Bomber. Also falls ich keine Möglichkeit mehr habe, mache ich mir einfach ein paar Dockens und sichere mir ein paar Runden. Genau. Ich kann ja blocken, wenn die nicht gerade Trampelschaden haben und und und. Genau. Also mindestens 2-3 Mal rein. Man darf nicht vergessen, man polstert die ja auch dann, ja, teilweise. Das muss man auch dazu... Also man kräftigt die ja mit den ganzen Spells. Ihn finde ich ja, wenn ich jetzt die Strategie so legen würde, ganz okay. Wenn ich wirklich so legen möchte, dass ich eher hochkurvig spiele. Wenn ich aber einen konstanten Kurvenanstieg, so wie hier eigentlich bezettelt ist, würde ich ihn gar nicht reinpacken. Ganz ehrlich, ja. Er ist super, weil ich mir einfach gegnerische Krituren wegtappen kann. Die können dann nicht angreifen oder ich kann Blocker wegtappen. Aber ich muss immer Mana offen halten. Und er mag wirklich gut sein, aber ich glaube, er passt nicht so wirklich ins Konzept. Ganz ehrlich, ja. Da würde ich... Ja, ob er wirklich reinpasst. Ja, er könnte reinpassen, weil ich kann ihn gezielt zerstören lassen und die Marken rüberlegen auf eine Kreatur, die ich brauche. Genau. Ja, er passt auf jeden Fall, würde ich bei 2 lassen, gar nicht mehr rein. Genau. Dann haben wir hier die Tromburger Kriegerin nochmal mit 2 Mana. Ja, er ist 3-1, ist zwar okay für 2 Mana, aber er tut zu wenig. Gibt es bessere? Würde ich jetzt sogar rauspacken. Und... Ich würde sogar... Na gut, er ist schon 3 Mal drin. Nein, den würde ich jetzt nicht wirklich erhöhen, ganz ehrlich. Den würde ich auch nicht reinpacken. Also ich müsste ganz komplett andere Kreaturen reinpacken, als du das siehst. Den würde ich mal auf alle Fälle so drin lassen vorerst. Ihn kann man drin lassen, aber erhöhen würde ich ihn nicht. Er ist ein bisschen ein Schwachpunkt, weil er einfach 2 grüne Mana kostet. Und wenn ich ihn in Runde 2 spielen möchte, brauche ich ja auch irgendwo einen Trachten auf der Hand. Wird ein bisschen schwierig, wenn ich so wenig Trachten spiele. Und zu viel kann ich auch nicht spielen, weil sonst passt die Mana-Kurve wieder nicht. Ist ein bisschen fragwürdig für mich. Ja, auch obwohl natürlich diese Plus-1-Plus-1-Marken nicht schlecht wären. Ja, aber man kriegt sie zu schwer. Ist meine Ansicht. Da würde ich lieber den hier auf alle Fälle erhöhen. Da er mir Kräftigung 1 anwendet. Und wenn ich wirklich nur ihn habe, kommt der zumindest als 3-3-Einspiele. Sag jetzt mal. Wie ist das, ja. Würde ich hier erhöhen. Genauso wie er passt eigentlich gut. Ich kann die Marken verschieben. Notfalls, also gebe ich hier vielleicht noch einen dritten rein. Ihn finde ich auch nicht so schlecht, weil er Lebensverknüpfung hat. Er würde ich, glaube ich, sogar öfters rein tun. Einfach nur als Backup, damit das, falls ein bisschen eng wird, dass ich trotzdem live... Genau, dass man einfach ein bisschen länger überlebt. Hier einmal vielleicht mehr rein. Also ein Blazett würde ich jetzt nicht gerade empfehlen. Ja, der Avio-Taktiker, er ist fliegend. Er hat nur 2-3, also ist in Lightning Bolt Reichweite und er wendet mir nur Kräftigung 1 an. Zu teuer. Es ist einfach zu teuer, ja. Es ist einfach 5-Mana-Zahl, damit er einmal mit 2-Mana-Lightning-Strike wegschießt. Da, nur weil er fliegend ist im Endeffekt, da würde ich eher sogar wirklich vielleicht den nochmal einbauen, weil ich einfach kräftig um 2 anwenden kann. Aber es ist fragwürdig. Momentan, als Anfang würde ich es so lassen. Und ihn würde ich, wenn ich den vorderen Drachen weglasse, würde ich ihn auf 3 erhöhen. Genau, auf alle Fälle, ja. Und ja, ich würde hier von den Kreaturen her, wie gesagt, im Prinzip eben hier vielleicht sogar, wenn ich 4 Drachen spielen möchte, wirklich Mana-Kreaturen einbauen. Das nur kurz erwähnt. Wir spielen hier auch wieder grün. Also die Möglichkeit gibt es, ja. Bei den Spells, der Pazifismus ist super. Könnte man ein drittes Mal einbauen, dafür das Denkmal hier raus. Die ist super. Die ist wirklich geil. Die gibt richtig guten Kartenvorteil. Wir haben so viele Dreier-Slots im Endeffekt. Ich würde den auf alle Fälle vielleicht sogar wirklich im Playset hier spielen, ja. Aber Minimum 3 ist Playset nicht mal, weil im Prinzip brauche ich die Kreaturen, die schon Marken haben, aber 3 Mal, ja. Das Land kann man durch, also dieses Geschütz-Noast kann man durchaus drin lassen. Könnte man ein zweites Mal spielen. Öfters würde ich es nicht. Da würde ich lieber Mana-Kreaturen spielen, ganz ehrlich gesagt. Schuppensägen ist super. Ist hier zweimal drin, würde ich aber gar nicht öfters reinpacken, ganz ehrlich, ja. Es ist 4 Mana, wir wollen lieber eine Kreatur legen. Und das bringt schon was, wenn ich schon Kreaturen habe, mit Marken. Also wir müssen erst mal Kreaturen aufs Board bringen. Ja, der ist halt nach hinten raus, aber es ist wirklich schön, weil du auf jede Kreatur, die eine Plus-1-Plus-1-Marke hat, eine Plus-1-Plus-1-Marke noch draufsetzen kannst. Also sehr schön. Genau so ist es. Wie gesagt, von der Mana-Kurve her ist wie bei 5, weiß ich, oder? Bei 4. 4, ja. 2 Mal würde ich es drinnen lassen, ich würde es gar nicht mehr erhöhen. Die würde ich auf alle Fälle auch so drin lassen. Und auch nicht erhöhen jetzt erst mal, ja. Gerade für einen Anfänger-Deck ist es wirklich in Ordnung, so wie es zusammengebaut ist. Es gibt andere Karten, ich kenne sie leider auch noch nicht alle auswendig, wenn ich ehrlich bin. Ja, also Generalin, Schuppe, kann man auch die grüne Zauberkarte reinbauen und vieles mehr. Also es gibt von Fate Reforged auf jeden Fall jede Menge Polsterkarten, die ich da super reinbauen kann. Ja, die auf alle Fälle, ja. Aber jetzt von Fate, äh, von Drachen auf Tag, ja. Ja, da sind ziemlich alle guten Karten, sind eigentlich da drinnen. Ja. Gut, gehen wir einfach gleich zu den Boostern, würde ich sagen. Na, diesen muss ich es anders drauf machen. Lasert. Schauen wir mal, was hier ist. Ja. Wir spielen jetzt ja in Farben Grün-Weiß, also schauen wir auch dementsprechend um die Farben. Hier könnt ihr da jederzeit auf Pause machen. Das bringt hier nichts. Der Attacker-Bestien-Brecher passt hier absolut nicht rein, würde ich sagen. Der ist sowieso in Rot. Was haben wir hier? Drachengezeichnete Bärin mit 3 Mana, 3, 2, aber auch wieder gewaltig. Würde ich hier jetzt nicht unbedingt reinbauen, weiß nicht, wie du das siehst, aber passt hier auch nicht. Sandstürmer, hier haben wir Megamorph, äh, 3, 4 für 5 Mana. Wir haben ja ein paar gesagt, dass sie rauspacken können. Man kann die durchaus hier reinbauen, weil die kriegt eine Marke. Okay, und synergiert sowit ein bisschen. Aber man muss nicht, darf nicht vergessen, ich brauche 8 Mana dann, ja, dass ich die Marke habe. Wird ein bisschen schwierig. Passt ja nicht. Nebelruf, Kirin, fliegend, Wachsamkeit, 3 Mana und Megamorph. Die würde ich auf alle Fälle einpacken. Die würde ich reinpacken. Die ist günstig, ja. Die ist günstig zu spielen, spiele ich für 3 Mana, nächste Runde für 2 Mana, enttappe ich sie. Und habe eine 3-2er, zumindest fliegende Kreatur mit Wachsamkeit und kann sie polstern, beziehungsweise habe ja diese Effekte. Das Artefakt bringt eigentlich nicht wirklich was. Wir haben da nicht die Möglichkeit. Der passt ja auch nicht. Und hier haben wir eine Rare in Grün. Und zwar einen Drachen. Und der ist fliegend und wenn er ins Spiel kommt, kann sie gegen eine Kreatur deiner Wahl, die ich nicht kontrolliere, kämpfen. Und immer wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, gegen eine Kreatur kämpft, lege ich zu Beginn der nächsten Endsigends 2 Marken auf sie. Also wenn der mal nicht synergiert, den würde ich auf alle Fälle reinpacken. Wirklich, also den sofort natürlich rein. Dann haben wir noch einen Sumpf und einen Goblin hier. Das zum ersten Deck. Der Drache passt. Ja, der passt sogar besser. Der passt sogar besser wie der. Also auf alle Fälle. Gut, hier haben wir eine Art Rälerist. Okay, der hat Reichweite, sobald der Plus 1 Plus 1 Mark kriegt, der wird ziemlich schnell bolstern. Ja, man könnte es probieren, ihn reinzupacken. Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Das passt nicht. Passt ja auch nicht. Die Kriegerin hatten wir gesagt, lieber rauspacken. Aber man kann sie hier jetzt reinpacken, wenn ich nichts anderes bei der Hand habe, kann man sie natürlich reinpacken. Dreimal ist sie schon drin. Wucht der Rechtschaffenheit. Mit zwei Männern zerstöre ich eine angreifende der Blocken-Dekatur. Unsere Wahl, die schwarz oder rot ist. Sideboardkarte. Sideboardkarte, absolut, ja. Gut, das brauchen wir auch nicht. Dann haben wir hier, ja, das ist ja im Prinzip, haben wir den drin? Ne, der ist nicht drin, gell? Doch, den haben wir schon drin. Ganz schluss an der Kurve. Die Verzauberung haben wir drin. Blick der Schuppenfüß, den glaube ich nicht. Die kann man als One-Off durchaus einbauen, ja. Denn zu Beginn des Kampfes in unserem Zug erhalten Kreaturen mit Widerstandskraft 4 oder mehr, die wir kontrollieren. Plus 2, plus 2 und Wachsamkeit. Das heißt, hat Value. Also einmal kann man es durchaus drin. Und hier haben wir einen legendären Drachen. Die Drachenfürste Collaghan, den ich mir schon überlegt habe für einen Raktus-Deck oder für einen Grixis-Control-Deck. Fliegend, Eile. Andere Kreaturen, die du kontrollierst, haben auch Eile. Und immer wenn ein Gegner einen Kreaturen- oder Planeswalker-Zauber-Spruch mit denselben Namen wie eine Karte in seinen Friedhof wirkt, verliert dieser Spieler 10 Lebenspunkte. Absolut Bombe. Ich finde es einfach nur toll, dass wir das zweite Intro-Bag ausmachen und zwei Mystic-Rin. Und eine Rare Foil haben wir auch noch. Und zwar Vorrechter Drachenfürsten mit 6 Mana Spontanzaubern. Als zusätzliche Kosten könnten wir eine Drachenkarte eben vorzeigen. Falls wir das gemacht haben, kann eben dieser Spruch nicht neutralisiert werden. Und ich ziehe dann vier Karten. Ja, okay. Der jetzt wirklich so toll ist. Und dann haben wir noch einen Gin-Mensch. Ja, und einen Standard-Zumpf. Ja, so wirklich viel... Cooles Artwork. Ja, ist ein cooles Artwork. Das muss man wirklich sagen. So viel war jetzt nicht dabei, dass man es ein paar reinbauen könnte. Aber der Drache, der war auf alle Fälle ein Thema. Den würde ich hier wirklich unbedingt empfehlen einzubauen. Der 7 Mana passt, setzt meinen Slot. Und im Endeffekt denke ich, war es das auch schon jetzt mal von meiner Seite her. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zuschauen. Schaut wieder rein beim nächsten Unboxing-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja Leute, schreibt auf jeden Fall fleißig Kommentare, wie euch das Intro-Bike gefallen hat. Vielleicht gibt es den ein oder anderen, der was das spielt. Würde uns auf jeden Fall freuen, wenn wir hier Feedback kriegen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Und wir sehen uns beim nächsten Intro-Bike. Tschüss, eure Miracle Keepers. Tschüss, fen Ering formaat INSW König narratives Hallo